Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Tickets Adventure und der Region Skandinavien. Und dem Schwindler los. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Kurz. Was haben wir denn hier? So. Jetzt hier weiter. Hier ist nichts, da geht auch nichts. So, dann kann man den auch noch mitnehmen. Und den Schlüssel habe ich mittlerweile auch gut. So, jetzt trotzdem nochmal gucken. Nicht, dass ich da noch irgendwas übersehen habe. Da auch nichts. Ups, zack, gut, 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 gut. Okay. Was haben wir denn hier? Vegetarier-Stockwerk. Dieses Stockwerk blieb von den Wikingern verschont. Dann will ich jetzt Energie. Ja, okay. Dafür werde ich bei Digi, aber auch nur für Digi, dann gerne auch für Vegetarier, wenn da Energie drin ist. So, da ist nichts. Jetzt geht's da rum weiter. So. Ja. Da war auch nichts. Nein, nein. Wann geht's jetzt hier weiter? So. Nein, nimmst du die Mitte. Hier nochmal gucken. Da ist nichts. Sind das Kakaobohnen? Mhm. So. Okay, da geht nichts. Schlüssel. Ja, das sehe ich schon. Okay, jetzt. Was haben wir hier? Ein gutes Bier hilft dir durch einen harten Winter. So. Ähm. So. Nein. Da wäre es auch hier unwahrscheinlich. So. So. Okay. Okay. So. So. Jetzt geht's da weiter. Okay. Okay. Ja, okay. Ja, okay. So, da gibt es keinen Geheimgang, da gibt es auch keinen Geheimgang, da gibt es auch keinen Geheimgang, gut, dann können wir jetzt den letzten hier, glaube ich, noch mitnehmen, da, okay, so. Dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen, lasst mir ein Like und ein Abo da, folgt mir auf meinen Kanälen, auf YouTube, auf Twitch und auf Kik, bis zur nächsten Folge und tschüss, sagt der Toto.